Wir hätten ein paar mehr Dings da reingekutzt. Eigentlich wollte ich heute nicht mitspielen, weil heute ist die Sony-PK, bzw. die Playstation-Showcase. Und da freue ich mich schon drauf. Wir gehen zum Reaktor, würde ich sagen. Ja, ne? Mein Traum ist ja immer noch hier mein Harry-Potter-Game, dass ich das jetzt endlich mal langsam bekommen werde. Und ja, deswegen bin ich gleich auch hier weg. Deswegen werde ich nicht lange hier mit aufnehmen, denn das ist mir persönlich tatsächlich wichtiger. Lebt der noch? Der lebt noch. Okay, okay. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Zack. Muss ich da rein? Ne, da muss ich nicht rein. Gut. Also, Harry-Potter-Game wäre nice. Was gibt's noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm. Harry-Potter. Oh Gott. Nein, das war falsch. So. Kingdom Hearts wäre auch cool, wenn es schon mal ein kleines Update geben wird. Für das nächste schöne Spiel. Fände ich auch cool. Also, nicht dieses Melody-Quatsch-Ding, ja? Das braucht kein Mensch. Sondern das andere Zeug. Das, das wäre schon nice, tatsächlich. Das wäre schon nice. Also, irgendwie ist hier noch nicht so viel passiert, finde ich. Das finde ich nur ein bisschen eigenartig. Müssen wir jetzt mal langsam hier eine Leiche sehen, oder? Ja, haben wir. Was ist das denn? Haha, Knott ist tot. Wo warst du? Ich war oben bei Waffen. Äh, wo war die Leiche? Ich hab Lexi auch gesehen. Lexi war das überzeugend. Ich weiß nicht, was? Wo war die Leiche? Äh, irgendwas Grünes war oben rechts. Eieiei. Wo war die Leiche? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich war jetzt, ähm... Oben rechts. Oben rechts hast du. Ja, ich... Oder? Bei Mikros verraten, oder? Warte, ich muss grad überlegen. Die waren Waffen-Download. Die hören aber nicht so. Also, wo war ich denn grad? Ich hab keine Ahnung, ihr könnt mich ruhig wählen. Ich hab keine Ahnung, wo ich war. Gleich liegt in Stowage. Ich war... Ich weiß nur, dass ich am Anfang links war. Gleich liegt in Stowage. Und ich war grad mit... Nila, Conny und Magnus in Electrical drin. Und ich hab alle von links eigentlich. Ich hab auch noch in Electrical drin. Und Conny ging unten rum. Conny war mir am Anfang fast as fuck in Electrical, weil er jetzt der Reaktoran, aber er ist jetzt zehnmal raus und rein und hat irgendwie gar nichts gemacht. Hört Conny eigentlich zu? Nee, er hört eigentlich zu, ne? Naja, richtig. Also, er hört nicht zu. Also, voten wir jetzt hier mit nur oder skippen? Nein, skippen. Ja. Keine Infos. Achso, ich dachte, ihr votet mich? Ich hab nicht gewoutet, weil du schweigst. Oh, ja, da seh ich mich. Oh, ich hab mich schon mal gerettet. Das kann Conny ja nicht bezeugen, aber ich glaub, er ist ja eigentlich auch. Ich hab bei der Waffe etwas gemacht. Naja, er hat sich selbst gewoutet. Ah, hier war ich. Also, okay. Muss ich hier überhaupt hin? Ja, muss ich. Ist es Aaron, oder was? Boom. Das ist komplit. Äh, da hin muss ich. So, Müll runterdingsen. Ich muss gleich ein bisschen aufpassen, ne? Warte, ist hier jemand tot? Ne, die leben noch. Die leben noch. Ach, hier unten war ich. Ah, ich kann mich wieder da noch erinnern, Leute. Ich wusste gerade echt nicht mehr, wo ich war. Aber ich bin jetzt fast schon fertig hier. Mit allen Aufgaben. Das gibt's ja nicht. So, Upload. Ich bin echt fast fertig. Das gibt's ja nicht. Das ging echt schnell. Bitte steht hier rechts, Report. Dann war's Aaron. Ah, ne. Ja, ja. Ihr macht das. Ich geh nach links, Leute. Ich geh nach links. Und ignoriere euch. Und den Reaktor, den ignoriere ich auch mal. Oh, Lexi ist es. Okay, cool. Sehr schön. Ich mach trotzdem das hier. Nicht gedacht, dass es Lexi ist. So. Müssen wir noch eins machen? Ne, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja, cool. Phil wird tot. Nice. Super gemacht. Der läuft jetzt wahrscheinlich auch gleich noch in die Falle rein. Na doch nicht. Verdammt. Moritz ist hier stort. Moritz ist hier stort. Schade. Ich gehe nach... Da ganz links, ne? Beim... Reaktor. Oh, danke schön. Reaktor. Sehe da Moritz. Aber nicht nur Moritz, sondern auch Phoebe. Die liegen halb aufeinander. Ja, das war's. Okay, 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 okay. Äh, Marco war safe? Also ich hab mangs gerade beim Schalter gesehen. Ich bin mit meinen Aufgaben fast fertig. Marco ist halt tot. Ja, ich war safe. Äh. Warum das denn? Ich saß jetzt Conny. Warum Conny? Äh, wie viele Aufgaben haben wir noch? Weil ich mir sicher bin, dass Aaron und Ilya safe sind. Weil Ilya hatte keine Zeit, zwei Leute zu kennen. Der war erst bei O2 und dann in Cafeteria. Und Aaron habe ich auch eine ganze Zeit lang gesehen. Also entweder Safe's Report oder Conny. Ja, gut, ne? Ähm, ja, moin. Ich bin auch. Ähm, die ganze Kimmüter gewesen. Aber Lexi ist es. Warum will ich Lexi? Seht ihr? Oh Gott, als ob er jetzt da... Ja, hingerannt ist. Ist er? Ne, ist nicht. Okay. Also, ja. Es ist ziemlich sicher Lexi. Wir können Tarz win machen. Weil wenn ihr jetzt falsch wortet, dann ist los. Fuck it, ne? Ja. Äh. Und Tarz sind nahezu fertig. Ich wollte gerade sagen, es fehlt eigentlich bloß nur ein... Äh, meine fertig hier. Okay, habt ihr noch alle Tasks schon? Ich bin durch, ich bin durch. Ich bin durch. Ich auch, das ist irgendein Geist dann. Ah Gott. Ja. Safe wieder Wurz. Safe wieder Wurz. Nein, ich bin schon längst fertig. Es ist so safe Lexi. Passwip. Conny ist es außerdem. Wieso habt ihr mich rausgevortet? Ich hab... Lexi ist es gewesen, oder? Also... Ja. Hab ich doch gesagt? Ja. Ja. Das ist echt anstrengend. Ja, ich glaub's, das ist echt hart. Conny, ich sag noch mal ein paar Drei-Mal-Gesicht. Kann man das echt noch am Anfang einstellen? Ja, ich erstelle ein Lobby. Ich erstelle. Ich weiß nicht. Ich glaub, Knut muss aber... Ich gleich muss auch. Monny, Monny.